Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play WWE 2K16 Karriere. Heute haben wir ein Saddle 4 Way Match mit Firestorm, Kevin Owens, Adam Rose und Finn Balor. Ich würde sagen, wir versuchen uns wieder aus allem rauszuhalten. The following Fatal 4 Way Contest is Gizepo Fussball making his way to the ring. From Redford, Germany, James Blitzoff, Finn. My gosh, I can hardly hear myself think. Karriere is going to be a real dream, Michael. And I know you feel the same way. Yep, so it's good. Not a chance To chase a dream Not a chance to feel A chance to feel A life A life A life A life Almost a chance to feel A life I have been defeated And brought down A life I have been defeated and brought down A life Trapped to my knees When hope Und da kommt der nächste, einer unserer drei Gegner und es ist wer denn sonst, natürlich kommt Kevin Owens als NXT Champion als Zweiter, wenn er nicht als erstes kommt. Fight, Steve, Fight. Fight, Steve, Fight. And from Mushiki, Bahama, we need a 221-pound, Adam Rowe. This guy will settle for nothing short of a victory here tonight. The WWE Universe on its feet, looking forward to this great match. Fehlt nur noch einer. And approaching the ring, from Bray County, Wicklow, Ireland, weighing in at 190 pounds, Finn Balor. Man, the passion this crowd has for this superstar is truly amazing. Just listen to him. The athleticism on display in this upcoming match is going to be unreal. He'll be over. Man, of course we both. Man, of course we go with Masonice reflected. Man, of course we go. Man, volt 36 height. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, ich gehe noch viel. Und hier ist das No-Holz-Bard. One fall to a finished match. Oh, he missed. Oh, nobody home that time. Oh, my word. Kevin Owens, what an impact. Wow. He's still down after that. What a story this man Adam Rose has. Where do you think he should go from here? Well, luckily, the body hasn't absorbed too much of an attack up to this point. He's in big trouble. He's really taking over this match now. One knockdown drag-out ball, complete with a big stop. Man, these guys are throwing bombs. They're pulling out all the stops. Oh, out here you have to be able to think on your feet. Lightening fast. One mistake. One moment of hesitation. I'm not sure. But with a miss like that, I'm wondering if he has something in his eye. He's got to be vigilant about not taking any more damage to the neck. He's got to be vigilant about not taking any more damage to the neck. He's got to be locked in. Good base. This is going to be difficult to find out of. Right now the momentum is with Finn Balor. And who knows when it'll stop. He's got to get out of. Actually, we have to go to Adam Rose. He's got to get out of. Oh, I don't know where he's at. Oh, you shit. What's he doing now? But we can't fight against him. Kevin Owens. The face is absorbing a lot of damage here. He doesn't want to do this outside the ring. Well, I don't blame him. Keep the action inside the ring. That's where you're going to win this thing. Kevin Owens. The face. Riching on the neck and lower back. No, wait. Nice reversal. No, no. Adam Rose with the opportunity. No. Oh, and a terrific reversal. By Finn Balor. Just by looking at Kevin Owens. I wouldn't think he'd be the type of superstar to pull off a moonsault. Then I saw him do it. Hey, er macht uns gar nicht fertig. And Adam Rose deckt ihr gerade am meisten ein. What you got. Roman Tick in on the neck and lower back. Mist, Mist, Mist. Mist, wir stecken jetzt aber auch garthenein. We're still running. What kind of responsible guess? Yeah, I'm telling you. That suplex was perfect. Adam Rose takes the upper hand here. Look out! Take a chance like that. Hey, we got an amazing chance which I didn't get you. I've got an amazing win this. I've got anything to see. I just didn't see anything. Was hat der hier? Der Schwestern macht's auch ganz schön fertig. Ich weiß nicht, was kommt der hier? Das ist zu früh. Ich will da auf dem Kevin, ich will dich nicht. Du Scheiße! Du Scheiße! Geht den Dab! Das ist das Typ, der Moment ist, das Typ, der Offense ist, das Kevin Owens ist für. Es macht seine Opfer in einem Schwenk-Bad-Pleß. Und du besser glaubst, es macht eine Statement. Man, du musst eine neue Identifikation-Photo taken. Das ist jetzt vorbei. Wir gewinnen noch in den 4-Way-Match! Der war einfach mal beschäftigt, der Kevin, und deswegen konnte er nicht eingreifen. So geil! Sehr schön! Und auf ihn haben wir halt nicht sehr achtet auf Finn Balor. Aber das macht nichts. Aber gut, und hier, Achtung! Das macht Adam Rose sehr gut! Wir füllen sich hier sehr schön auf Kevin Owens und wir könnten dann auf Finn Balor losgehen. Kürzer, Bolldog, BAY! Sehr schön! Das ist ein Wind you remember for a long time! To get the pinfall victory for such a high quality of model is incredible, impressive Michael! In that way, the Bronx State must now move on! Sehr schön! Du hast gewonnen. Sehr schön. Heute geht es weiter mit einem Match gegen Kevin Owens, unserem aktuellen Rivalen. Das ist auch der einzige Gegner für uns, der einzige wichtige Gegner und der einzige Gegner, der uns irgendetwas bedeutet, weil er der amtierende NXT Champion ist, den wir noch von seinem Thron jagen müssen, da wir das ja im letzten Titelmatch nicht geschafft haben. Und wir wissen auch, dass Siege gegen ihn sehr selten sind. Das haben wir inzwischen jetzt mehrmals zu spüren bekommen. Zwei Siege haben wir erst gegen ihn geleistet. Ja, aber jetzt geht es dann los. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt kommen wir nach Kanada, mit den 166-Jährigen, der NXD-Champion, Kevin Oax! Der WWE-Universum wird sie hören. Die Zeit hat die Geschichte, aber sie sind bereit zu gewinnen. Sie sind bereit zu gewinnen. So, Oh, jetzt geht's los. Nein! Nein, 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 nein! Das geht alles nicht gut los. Zu früh. Der fängt auch ganz schön aus. Jawohl! Bis zu früh. Jetzt kriegen wir ein paar auf dem Schädel. Von unserem Vantage Point, es sieht gar nicht aus, wie ein Schädel ist. Oh, die Moos will ich auch irgendwann können. Ein bisschen zu früh. Schade, schade, schade! Was? 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 Was ist es für ein Schädel? Sagt, das ging fröhlich. Ich hab gesagt, dass er併 AEGGON ist. Was macht er denn jetzt? Ja, das war er. Ja, das war er. Ja, das war er. Das war er. Das war er. Das war er. Bitter schön. 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 Wir sind so früh. Nein. Aber wir haben den Winkel. Wir kommen raus. Sehr schön. Sehr schön. Perifs. Mein Fraß beiseite. Und raus. Und der geladene Finisher. Und er hat schön was angerichtet. Und wir pennen. Er kommt raus. Das war zu erwarten. Ja. 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 Und der Finisher, zum zweiten Mal. Die Frage ist, hat das gereicht? Gegen den NXT Champion! So sieht's aus, Leute! Und das war nicht nur ein Sieg, sondern das war eine Demonstration. Habt ihr gesehen, wo unser Balken war? Der Balken war noch im gelben Bereich. Ja, also wir waren fast Richtung Rot, aber wir waren noch im gelben Bereich. Da trage ich erstmal einen drauf. Ja, aber Leute, was heißt das? Das heißt, das wird immer besser werden. Wir müssen weniger auf die Sprungangriffe gehen, sondern eher auf die... ...auf diese Nahangriffe. Ja. Ja. Aber die sind die, meine Zwei-Masen mit einer Image-Score. Ich glaube, ein Mal bei der Sprungang. I'll drown to my knees when the hope went out. Here's your winner, James Bulldog-Bade. Wow, what a match that was, ladies and gentlemen. Without a doubt, he is among the most dominant guys on the WWE roster right now. And thank you, everybody, for joining us tonight, the Superstars. We're so blessed that you decided to join us. I think the chances are going to be very good, that we will be able to get the title. Then we'll do a second title, and then we'll do it. We'll see, because it can't always happen. And when I just take this video off, I'm just thinking about how I can do this. I'll see you next time. I'm going to see you next time with the title match. Because normally I'm going to see you on the match against Jack Swagg. I wanted to see you next time. But I wanted to see you next time. I'm going to see you next time with Jack Swagg. Oh, in the next part we'll have a triple hit. I hope it's liked you. If you're doing this video or the channel, you can support me with a like, a comment or a abonement. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Möde.